Hey Leute, hier ist Daldemar, zurück mit Elex 2, weiter geht's. So, was sollten wir denn nochmal mit dem Ivan machen eigentlich? Also ich hab gelesen, wir können uns wohl anschließen, den Morkons, den Berserkern oder den Alps. Und wenn man sich den Berserkern anschließt, kann man zum Outlaw werden. Und wenn man sich den Alps anschließt, zum Kleriker. Und bei dem Morkons, keine Ahnung, das hat irgendjemand geschrieben, ich wollte mich mal schlau machen. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh. Plus 20, aber das haben wir doch ausgerüstet. Wo haben wir denn jetzt? Ähm. Was machen wir denn jetzt? Das war Traum der Berserker. Propaganda von Baxter. Dann gehen wir mal reden mit Chloe. Chloe! Mit Chloe! Chloe! Warum ist denn der hier rot? Achso. Chloe! Hast du das hier schon einmal gesehen? Das ist doch einer dieser Zettel, die Werbung für Baxter's Truppe machen soll, oder? Ja. Und was soll ich damit? Wer steckt hinter diesen Zetteln? Was? Woher soll ich das wissen? Ich verkaufe Bier, ich kann nicht hell sehen. Das sind deine Getränkekarten. Auf ihrer Rückseite wurde die Propaganda geschrieben. Das erklärt einiges. Starte polygrafisch-peripher-physiologische Variablen-Analyse. Teste das Ding jetzt, ob ich lüge? Wenn deine Maschine nicht gleich damit aufhört, verarbeite ich sie zu Altmetall. Lass das bleiben, Kleiner. Chloe ist eine alte Freundin, wir können ihr vertrauen. Jetzt, wo das geklärt ist... Ja, sure. Nur ein Name noch. Sir, Sir, Sine. Und die eben. Wer redet denn hier? Hallo? Das war mal wirkwürdig. Warte mal, wo ist die denn? Ach, da. Aber da oben im Kreis, da komm ich doch nicht rein, oder? Nee, ich komm da nicht rein. Ah ja, so war das. Aus der Bahn macht Platz für den Besten hier. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Das ist ein... Oh, ein Tränkehändler. Warte mal, hat die auch XP-Tränke und so? Was? Ich schau mich nur mal um. Mann, ey. Willst du was kaufen? Wenn nicht, hab ich jetzt keine Zeit für dich. Das ist immer so, ne? Irgendwie, Leute, ist so... Es gibt nichts Schlimmeres als schlecht gelaunte Ladenbesitzer, ja? Ich weiß noch mal, als Kind, da gab's bei uns in der Stadt schon einen Laden, das ist dieses Kinderparadies, ja? Und die Leute, die waren so unfreundlich und immer, wenn du als Kind da drin warst und hast geguckt, ja, musst du ja auch nicht unbedingt was kaufen, so wie das ist als Kind. Und dann immer, willst du das kaufen, dann raus. Willst du nichts kaufen, dann geh. Und da war halt keiner im Laden. Dann denkt man so, okay, dann geh ich halt. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. So, das hab ich natürlich nicht gesagt, aber... Tatsächlich, guck mal. Lernpunkt, Lernpunkt, ist aber echt teuer. Das müssen wir dann erstmal sparen. Äh, ja, nett. Gut zu wissen. Da sind noch Rezepte. Die sind ja recht billig. Danke, Senora. Warum so schlecht gelaunt? Okay, Tealas, du Lappen. Äh. Störe ich? Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Wenn das so ist, kann ich vielleicht helfen. Nein. Der Täter muss ein Erwachsener sein. Also sind auch sie verdächtig. Du bist ein ganz schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus. Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren? Nenn mich Jax. Du kleine Madel. Ja, viel Glück. Ich werde jetzt wachtig. Kinder. Kinder. Abschaum. Falls sich jemand angesprochen fühlt, es tut mir leid. Ich versuche mich nur, die Rolle zu steigern. Ah ja, der Schmied. Genau. Mit diesen Nägeln wurde die Outlaw-Propaganda angebracht. Na, das erklärt, warum die keiner kaufen wollte und die dauernd gestohlen wurden. Und jetzt werde ich verdächtigt, oder wie? Und wenn es so wäre? So ein Unsinn. Hör mal, Jungchen. Ich bin hier gern der Schmied. Warum sollte ich zu diesen Outlaws gehen? Die schweißen doch eh alles einfach zusammen. Von Kunstfertigkeit fehlt da jede Spur. Nee, nee, du. Damit habe ich nichts am Hut. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Hab die Diebe auch nie zu fassen bekommen. Die Jungs waren echt gut. Wenn das so ist, werde ich wohl weitersuchen müssen. Hoffentlich kriegst du die Diebe. Viel Erfolg. Okay, und jetzt? Müssen wir wieder zurückgehen, ne? Müssen wir hinlaufen? Äh. Dann wieder zurück. Performance ist ein bisschen besser geworden in der Stadt. Ich weiß aber gar nicht, ob es ein Patch gab. Okay. 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 Hey Cloui. Nächster Berserker. Entschuldigung. Ich habe mit Chloe gesprochen. Hast du herausbekommen, ob Chloe was mit den Propaganda-Briefen zu tun hat? Sie behauptet, die Getränkekarten wurden ihr gestohlen. Sie hatte sich sogar schon überlegt, die Karten ganz abzuschaffen, damit sie nicht immer neue machen muss. Klingt nicht so, als hätte sie was damit zu tun. Ich habe mit Lasse gesprochen. Und? Hast du herausgefunden, ob er was mit den Propaganda-Zetteln zu tun hat? Nicht wirklich. Ihm wurden wohl einige Nägel gestohlen. Scheinen die Nägel zu sein, mit denen die Propaganda angebracht wurde. Das ist nicht sehr viel. Zumindest ist er sich sicher, dass es seine Nägel sind. Verdammt. Da gehen sie hin, unsere einzigen Spuren. Ich habe jeden beobachtet, der in die Kneipe ein- und ausgegangen ist. In der Hoffnung, dass jemand ein paar der Karten dabei hat. Aber auch ich hatte kein Glück. Ein paar verdächtige Gestalten hier und da, aber sonst nichts. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Fassen wir nochmal zusammen, was wir über die Propaganda wissen. Hm. Sie wurden beide gestohlen und scheinen nichts damit zu tun haben. Die Zettel sind mit dem Eigentum des Forts hergestellt und angebracht worden. Also müssen sie ja hier drin sein. Die Zettel sind mit dem Eigentum des Forts hergestellt und angebracht worden. Das ist allerdings ein interessanter Punkt. Das bedeutet, dass unser Täter wohl im Vor ist. Es scheint niemand von außerhalb zu sein. Was noch? Sie wurden beide bestohlen und scheinen nichts damit zu tun zu haben. Aber nicht in jüngster Zeit. Richtig. Dass keiner von beiden den Dieb gesehen hat, sagt uns, dass er weiß, was er tut. Er ist kein Idiot. Was noch? Die Outlaws scheinen dahinter zu stecken. Das ist wohl offensichtlich. Außer, jemand will den Outlaws etwas anhängen, aber das glaube ich nicht. Der oder diejenigen, die diese Propaganda verteilen und wahrscheinlich auch hinter dem Anschlag auf Red stecken, sind vermutlich Outlaws, die hier im Vorleben und einiges auf dem Kasten haben. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich muss zugeben, keine Ahnung. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen wohl oder übel den Täter auf frischer Tat ertappen. Also warten wir einfach? Ich habe eine bessere Idee. Wenn es dunkel ist, suchen wir das vorab. Die Chance, jemanden zu erwischen, ist gering. Aber wenn du keine bessere hast? Nein. Na dann, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, dann los, machen wir. Lass uns auf Nachtwache gehen. Wird ein bisschen schwierig, solange es hell ist, oder? Such dir ein Bett oder miete dir ein Zimmer im reisenden Schläfer. Komm wieder, wenn es dunkel ist. Der reisende Schläfer. Er möge erwachen. Guck mal, hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Bett. Darf ich einfach zu... Darf ich den... Achso, richtig kochen gibt es auch noch. Oh, das ist Stehlen. Kroni, raus hier! Wir dürfen hier gar nicht sein. Wie war das? Zu viele Ohren, die zuhören? Ja, ja. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie weggezogen. Aber auch. Ach, denk einfach, es nicht ist. Oder suchen wir uns irgendwo ein Bett. Ah, wie ich sehe, habt ihr eure Masken schon auf. Gut, gut. Muss euch jetzt immer noch ein paar Sachen erzählen, bevor... Guck mal, die Minentypen! Ja, aber er kommt erst mal näher, damit der alte Scrappy nicht so rufen muss. Gut, gut. Also, aufgepasst. Wir brechen gleich gemeinsam auf zur Mine. Nehmt mit, was ihr braucht. Was zu futtern, kippen, ne Waffe. Werkzeug bekommt ihr, wenn wir da sind. Und, denk dran, die Mine ist voller Gas. Tauscht also regelmäßig die Filter. Alles klar? Dann los. Noch am Rauchen. Ja, cool. Das haben sie aber schön berücksichtigt. Aber ich muss aber auch noch mal zu Mühle. Zu Mine. Guck mal, Kaja steht noch da oben. Soll ich mit denen mitgehen? Weil ich weiß gar nicht mehr, wo die Mine ist. Ach, egal. Komm, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir wollen die Nachtwache machen. Auf Nachtwache. Ja, die Leute haben alle keine Betten. Kann ich denn überhaupt in allen möglichen Betten schlafen? Guck mal, das sieht doch gemütlich aus. Bis Mitternacht schlafen. So, dann suchen wir den Typen. Okay. So sieht's aus. Toilettenpapier. Mittlerer Heiltrank. Oh. Stangezigaretten. Ne, eine Schachtel Zigaretten. Was haben wir denn hier? Munitionspresse. Fernwaffenwerkbank. Da waren aber keine Pfeile. Ich hab heute jetzt die Rezepte für Pfeile. Jetzt haben wir noch einen Baserkerbogen gebaut. Da, Plan für Pfeile. Ach ja, Munitionspfeile. Mann, ich vergesse das jedes Mal. Mann, bin ich denn irgendwie... Also, Alzheimer hab ich nicht. Scheiße. Oh, oh. Oh, ich hab gequicksavet. Beim Aufsammeln. Oh, oh Gott. Ja, schön. Mach ich ja nicht. Äh, hallo? So, dann gehen wir jetzt die Quest machen. Scheiß drauf. Da war noch diese blöde Karte, aber das ist nämlich gar nicht... Lass uns auf Nachtwache gehen. Alles klar. Brechen wir auf. Am besten wir gehen ein bisschen abseits der Wege und schauen auch mal hinter den Häusern nach. Wer auch immer die Flugzettel verteilt, ist nicht blöd. Wir werden ihn wohl kaum auf der Hauptstraße treffen. Da hinten ist jemand. Den schnappe ich mir. Alles klar. Ich warte hier. Okay. Gib mir Rückendeckung, falls er abhauen will. Hey du, komm mal kurz her. Wie, was? Meinst du mich? Was machst du hier hinten? Verdächtige Person. Ich, äh, also, äh... Ich weiß, dass du den Anschlag auf Rat verübt hast. Leugnen hat keinen Sinn. Was? Nein! Warum sollte ich das tun? Ich bin seit sechs Jahren ein Bersacker und habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Äh, wirklich. Kannst du mir dann erklären, was du hier machst? Ich, äh, also, äh, die Sache ist die... Ach, scheiße. Ich gebe es ja zu. Ich habe versucht, dir durchs Fenster zu pissen. Wie bitte? Der Typ, der hier wohnt, hat sich an meine Alte herangemacht. Ich wollte dir mal eine Lektion erteilen. Hm. Ich will dir mal glauben. Für den Moment. Verschwende von hier. Bei Ragnar. Danke. Ich bin da mal weg. Äh, äh. Tja, das war wohl nichts. So ekelhaft das ist, jemandem durchs Fenster pissen ist streng genommen nicht verboten. Lass uns das vergessen und einfach weitergehen. Wir behalten dich im Auge. Halt die Augen offen. Jede Kleinigkeit könnte von Bedeutung sein. Oh, was war denn da? Eisenerz. Okay. Ah, hier ist die Performance scheiße. Hm, ich glaube, ich höre da was. Also Licht kann das Spiel wirklich gut. Das sollten wir uns... Hast du die zwei da gesehen? Die sehen verdächtig aus. Lass uns mal näher herangehen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas mit. Mein Gott, so ein Typ ist der Perfekte für Stasi und Gestapo. Alle Verdächtigen. Alle sind schuldig. Gute Idee. Lass uns erst mal zuhören. Geh nah genug ran, so dass du sie hören kannst. Warte auf mein Zeichen. Welche zwei denn? Die da. Na, Süße? Was willst du von mir? Ich hab nichts für dich. Ach, komm schon, Kleine. Zieh dich nicht so. Ich weiß, du willst es auch. Jetzt komm her zum... Hey! Genug gehört. Halt! Du da! Du hast mir voll die Tour vermasselt. Du Arschloch, hast dir wohl das Gehirn weggesoffen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich hätte dir doch nichts getan. Sehe ich dich nochmal so mit deiner Frau reden, ramme ich dich ungespitzt in den Boden. Scheiße, Mann. Ist ja gut. Vielleicht hab ich einfach ein bisschen zu viel getrunken. Hau ab, geh schlafen und denk gut drüber nach, was du gerade machen wolltest. Jetzt verzieh dich! So ein Arschloch. Den behalte ich in Zukunft im Auge. Allerdings hat dieser hässliche Zwischenfall nichts mit unserer Sache zu tun. Lass uns mal bei der Schmiede schauen. Da sind immerhin die Nägel geklaut worden. Dass sowas hier vorkommt... In Goliath hätte es das nicht gegeben. Offenlich erwischen wir an der Schmiede jemanden. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann bin ich auch langsam am Ende mit meinen Ideen. Heute Nacht ist ja echt einiges los. Nur niemand, der Zettel verteilt. Ich habe ein wenig Sorge, dass wir niemanden mehr treffen werden, der etwas damit zu tun hat. Naja, warten wir es erstmal ab. Noch ist unsere Runde nicht beendet. Da ist jemand an der Schmiede. Der ist für dich. Red du mit ihm. Okay, ich kümmere mich um den. Alles klar, aber mach keinen Scheiß. Ich passe auf, als er abhauen will. Ja, Sir. Aha, der Nageldieb. Hey. Was ist denn? Klaust du hier etwa? Hast du sie noch alle? Du bist ja nicht meine Wache. Warum sollte ich dir irgendwas erzählen? Verpiss dich! Hier, vielleicht hilft dir das auf die Sprünge. Ah, jetzt sprichst du meine Sprache. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht. Musste mir mal die Beine vertreten. Hab den ganzen Abend in der Kneipe gehockt. Und was hast du hier bei der Schmiede gemacht? Ja, genau. Ich habe meine Kippen gesucht. Und sind mir hier irgendwo runtergefallen. Die ganze Kneipe kann bezeugen, dass ich den kompletten Abend da war. Und, und, und meine Kippen müssten hier auch noch irgendwo rumliegen. Ich werde da mal wieder in die Kneipe gehen. Wenn es sonst nichts gibt. Wir behalten dich im Auge. Und der nächste Reinfall. Lass uns die Runde beenden und wieder zur Kneipe zurückgehen. Tja, wenn uns jetzt nicht noch per Zufall diese Typen in die Hände fallen, war es das. Ich glaube langsam nicht mehr daran. Es passiert noch irgendwas, sonst würden wir nicht zurücklatschen. Du hättest auf jeden Fall das Zeug zu einem guten Berserker. Hast dich ganz ordentlich geschlagen. So, wir sind fast wieder zurück. Ist dir noch etwas aufgefallen? Nein. Mir auch nicht. Mist. 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 Da vorne ist schon wieder die Kneipe. Ich werde mich da drin noch ein bisschen umhören. Vielleicht bekomme ich ja was Interessantes mit. Ansonsten war es das wohl. Weitergebracht hat uns das Ganze auf jeden Fall nicht. Willst du aufgeben? Keine Ahnung. Wir sollten uns einfach ein bisschen getrennt umhören. Aktuell weiß ich nicht weiter. Wenn dir irgendwas auffällt, du irgendwas hörst oder siehst, komm direkt zu mir damit. Also dann. Wir sehen uns später. Sollen wir irgendwo hingehen? Sollen wir uns da selber umsehen? Das klingt ja sehr stabil hier. Jetzt sind wir nämlich total an Jurassic Park immer. Irgendwie. Okay. Ja, bei dieser Brücke. Habe ich nicht so ein super Auge, um irgendwas zu untersuchen? Ach, scheiße. Wo bin ich? Da. Das ist bestimmt die Schmiede hier nicht. Du da. Hä? Wo ist denn hier einer? Hä? Ich muss mal mit dir reden. Aber nicht hier. Folg mir. Was willst du von mir? Ah, ah, ah. Keine Fragen. Nicht hier. Folge mir einfach. Wir brauchen ein ruhigeres Plätzchen. Dann werde ich dir alles erklären. Ah, cool. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich den Outlaws anschließen oder quasi die Sagen, wie es geht. Okay. 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 Wie sieht dieses Angebot aus? Oh. Oh. Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. So schnell habe ich nicht mit einer Entscheidung von dir gerechnet. Sehr schön. Okay, pass auf. Ich kann dir natürlich nicht direkt unser Versteck zeigen oder dich den anderen vorstellen. Wir brauchen erstmal, sagen wir, eine Art Vertrauensbeweis. Was meinst du damit? Ich will, dass du dir die Finger schmutzig machst. Du verstehst schon. Ein Vertrauensbeweis eben. Damit wir wissen, dass du bereit bist, dein Risiko einzugehen. Und natürlich, um deine Fähigkeiten als Dieb zu testen. Kein Problem. Was soll ich stehlen? Ich will, dass du einen Ring klaust. Nur einen Ring? Es ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist ein wertvolles Erbstück eines reichen Händlers, der im oberen Viertel wohnt. Wie komme ich da ran? Das ist leicht. Aufgrund meiner Arbeit als Koch habe ich freien Zugang ins obere Viertel. Ich muss von dort die Zutaten für meine Küche holen. Ich weiß, dass ein Händler dort einen geheimen Hintereingang in sein Haus hat. Ein Fluchtweg sozusagen. Dieser Weg raus ist deine Eintrittskarte hinein. An der Außenfassade wirst du eine Vorrichtung finden, die dir den Weg öffnet. Der Job ist kinderleicht. Öffne den Geheimgang, schleiche ich nachts ins Haus des Händlers und klaue ihm den Siegelring. Alles klar? Dann komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Vorrichtung benötigt einen Schlüssel. Ein Glück, dass ich den Schlüssel des Händlers bereits kopiert habe. Praktisch. Nicht wahr? Äh, wo ist denn der Zugang? Ich verpetze ihn aber jetzt nicht. Aha, ist direkt hier. Ja, dann direkt loslegen. Da. Der Zugang ist offen. Besser, ich... Hä? Ach, lol. Oh, der ist sogar ein Garten. Guck mal, hier oben ist doch auf. Ich speichere hier mal ab. Seid ihr bereit? Los geht's. Okay. Guck, dass es schon Mitternacht ist. Kroni, leise! Alter, guck mal! Ich klau mir dem alles, oder? Alter! Aber da ist der Lappen. Hehehe. Yo! Auch schade. Ja. Haben wir leider nichts. Ich frage, ob wir den Pin irgendwo sehen. Oder finden können. Da ist der Siegelring. Erledigt. Ich sollte Skinny den Ring bringen. Bääääääää. Ja, leider findet man hier nichts. Neue Stufe. Aber ist echt schön hier, meine Güte. Machen wir die Tür mal wieder zu. Besser, ich mach die... So, dann bringen wir das Teil Skinny. Ja, ich find die Berserker halt Banane. Sorry, aber das sind so die... Ich weiß nicht, die so Klischee. Außerdem sehen die Rüstung Banane aus. Das Ding von den Outlaws ist eigentlich auch Banane. Ich meine, einfach nur ein T-Shirt tragen mit Täschchen. Ist halt auch nicht unbedingt besser. Aber, äh... Wir werden sehen. Ich dachte eher an Kleriker. Aber da müssen wir den Alps anschließen. Die sind ja ultra hässlich. Ein totes Huhn. Oh Gott. Hüni. Ach, hier drinnen. Der, äh... Ne. Der hier. Ach, hier der. Lass dir nicht zu viel Zeit mit deiner Entschuldigung. Ich hab den Ring für dich gestohlen. Den hast du nicht für mich besorgt. Dieser Ring ist deine Eintrittskarte in unsere Welt. Behalte ihn. Vorerst. Hast du den Geheimgang wieder geschlossen? Wäre schließlich dumm, wenn jemand merkt, dass du ihn benutzt hast. Hältst du mich für einen Amateur? Das gefällt mir. Du wirst ein gutes Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft abgeben. So. Und jetzt komm mal mit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Wo gehen wir hin? Keine Fragen. Folgt mir einfach. Keine Fragen. Ich zeige dir nur den Eingang. Durchgehen musst du alleine. Wir arbeiten autonom. Das heißt, niemand weiß, dass ich dich getestet habe. Aber das letzte Wort hat sie. Wenn sie dich vertrauenswürdig hält, gehörst du zu uns. Sie? Und wer ist sie? Hab ich nicht gesagt, keine Fragen? Du wirst sie gleich kennenlernen. Geduld. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind fast da. Ich sehe nichts mehr. Aber lasst ihr nicht... Hier ist euer Versteck? Natürlich nicht. Schau mal auf den Boden. Durch die Falltür musst du durch. Warte kurz. Ich entriegle sie für dich. Erledigt. Vergiss nicht, den Tunnel wieder zu schließen, wenn du gehst. Ich gehe dann mal. Warte mal. Kommst du nicht mit? Nein. Da musst du jetzt alleine durch. Viel Glück. Verlass dir nicht zu viel Zeit mit deiner Entscheidung. Ja, ja. Okay, gut. Das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich bin gespannt. Es wird mysteriös. Also bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.